Dankeschön Nico, Glückwunsch und Glückwunsch an die Eintracht. Zum Sieg, zum verdienten Sieg mit so vielen Defiziten in unserem Spiel ist in der Bundesliga kein Auswärtsspiel zu holen und deshalb Gratulation. Technisch, taktisch, mental, Bereitschaft, komplett. Ein einziges Defizit unserer Leistung. Von der Trainingswoche angefangen nach dem Champions League Spiel bis heute hier zur Leistung von der ersten bis zur letzten Minute. Eine Leistung, die keinen einzigen Punkt verdient hat. Und zum wiederholten Male, die ganze Saison verläuft in einem ständigen Auf und Ab und das ist sehr unbefriedigend. Thomas, in welchem Film ist man da unterwegs, wenn man die Mannschaft in der Pause einstellt und das Spiel beginnt und man kriegt das Gegentor noch nicht mal mehr mit und sieht auf einmal, es steht 0-1? Ich habe es schon mitgekriegt, aber ich wollte keinen Beobachtungsfehler machen, aber die Art und Weise, wie wir aus der Kabine gegangen sind, hätte mich fast gewundert, wenn wir keins gekriegt hätten.